2. Kapitel Er musste in einem Paralleluniversum gelandet sein, verloren, irgendwo zwischen Frankreich und England. Bestimmt war der Portschlüssel kaputt, genau das musste es sein, oder Sabini wollte ihm einen schlechten Scherz spielen. Allerdings hatte Blaze seinen todernsten Ausdruck im Gesicht. 2. Sein ehemals bester Freund, der Schlammblutliebhaber Noch viel schockierender, als dass Sabini Granger vögelte und dabei so aussah, als hätte er den Hauptpreis gewonnen, fand er Granger. Jetzt wusste er, warum die ihm unbekannte Frau ihn so angesehen hatte, als würde sie ihn umbringen wollen. Sie hatte jeden Grund dazu. Granger, die fluchte, die rauchte, die aussah, als wäre es ihr egal, was andere von ihr dachten. Anfangs hatte er sich ab und an ausgemalt, was aus dem goldenen Trio wohl geworden war. Potter und Wiesel sind zweifelsfrei Auroren geworden. Mieselette hat bestimmt Potty geheiratet. Granger hatte sich immer mit Wiesel vorgestellt, in ihren unförmigen, billigen Klamotten und ihren ungekämmten Haaren. Vielleicht arbeitete sie in einem schmuddeligen kleinen Büro im Ministerium und ließ Wiesel einmal im Monat ran. Aber nicht so. Nicht, als hätte sie ein Privatleben. Vielleicht war das alles aber auch nur ein großer Willkommensscherz von Sabini. Die Hoffnung starb bekanntlich zuletzt. Sabini, bist du krank? Potters Schlammblut? Draco verlor die Kontrolle über sich selbst, was eigentlich nie passierte. Aber die ganze Angelegenheit mit seiner Rückkehr nach England war nervenaufreibend genug. Sabinis Blick verdüßte sich und seine Stirn legte sich in Falten. Oh nein, das war kein Scherz. Dre, ich mag dich und wir waren beste Freunde, aber du musst deine Vorurteile ablegen. Wir haben alle unsere Differenzen überwunden und haben weitergemacht. Außerdem ist Hermine ein Teil unserer Gesellschaft hier, ob du es nun magst oder nicht. Ein Teil der Gesellschaft hier? Der Reinblütergesellschaft? Er musste wohl träumen und besser schnell aufwachen. Er wollte nicht mit dem Schlammblut in einer Gesellschaft sein. Dracos Gedanken rasten. Seine Nemesis aus Schultagen wird ihn wohl nicht mehr so schnell loslassen. Verdammt, Granger. Er versuchte sich auf das Ticken der Uhr zu konzentrieren, um seine Kontrolle wieder zu erlangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kumpel, du brauchst dringend ein Update. Blaze grinst er ihn an. Wie wäre es? Wir treffen uns heute Abend im Club. Dann kannst du die letzten fünf Jahre aufholen. Der Club. Den gab es also zumindest noch. Draco hatte eigentlich keine Lust, hier irgendwas aufzuholen. Granger hatte ihm jetzt schon ein Todesstoss gegeben. Ab hier konnte es nur noch schlimmer werden. Vielleicht sind alle hier verrückt geworden. Trotzdem nickte er. Der Club sieht noch genauso aus, stellte Draco trocken fest. Wieder hier zu sein, ließ alle möglichen Erinnerungen hochkommen. Erinnerungen an seinen Vater, wie er ihn das erste Mal hierhin mitgenommen hatte. Erinnerungen, wie Blaze und er sich hier mit 16 heimlich mit dem teuersten Gognac betrunken haben. Erinnerungen, wie er Pansy gegen die Flurwand gefögelt hatte, kurz vor seinem Prozess. Erinnerungen an alles, was er längst verdrängt hatte. Sie waren im Crowns angekommen, dem Rheinblüter-Club. Oder zumindest hoffte er, dass sich das noch nicht geändert hatte. Beide trugen dunkelgraue Stoffhosen und ein weißes Hemd. Draco verzichtete auf Zaubereroben. Er trug fast ausschließlich Muggelmode. Seinen Muggelhass hatte er abgelegt, sobald er aus dem Einflussfeld seines Vaters geflüchtet war. Er hasste nur Potters Schlammblut. Granger hatte ihn in seinen Albträumen die ganzen Jahre lang verfolgt und ihm immer wieder vor Augen geführt, was für ein Feigling er war. In seinen Träumen hörte er immer noch ihre Schreie, als damals seine verrückte Tante ihr ihre Herkunft ihr in den Arm geritzt hatte. Am nächsten Tag war es so schlimm, dass er glaubte, Granger hätte ihn aus Rache, dass er feige zugesehen hatte, verflucht, sie für immer in seinen Träumen zu sehen. Verdammte Schlampe! Ihr traute er solche Bosartigkeit zu. Schuld. Er fühlte Schuld. Und deswegen hasste er das Schlammblut. Blaise lotste die beiden aus einer Sitzecke etwas abseits zu, wo bereits drei andere Männer und eine Frau auf teuren dunkelbraunen Ledersofa saßen und sich unterhielten. Wozu war dieser Club nochmal gut? Draco hatte sich in Frankreich ein neues Leben aufgebaut, sein eigenes Leben. Abseits vom Einfluss seines Vaters, vom Club, seiner Verpflichtungen. Die Meinung anderer war ihm egal. Er führte die Geschäfte. Er war gut in dem, was er tat. Ihn interessierten gesellschaftliche Konventionen nicht. Er führte ein Arschlochleben und es war das beste Leben, was er hätte leben können. Als erstes sah er die Frau, die mit dem Rücken zu ihm stand, aber er erkannte die schwarzen, schulterlangen Haare sofort. Pansy. Sie hatte ein kurzes, dunkelrotes Samtkleid an und unterhielt sich angeregt mit einem Mann neben ihr, der ihm nicht bekannt vorkam. Als sie die Gruppe erreichten, drehten sich alle zu ihnen um und starrten. Pansy war die Einzige, die sich aus ihrer Starre löste. Draco, du bist zurück! Sie sprang auf und schlang ihre Arme um ihn. Er war überrascht, dass Pansy überhaupt zu so vielen Emotionen fähig war. Oder dass sie ihn vermisst hatte. Oder sich freute, ihn wiederzusehen. Langsam nickte er jedem in der Runde zu und versuchte, einen so neutralen Gesichtsausdruck wie möglich beizubehalten. Er erkannte Nott sofort, der, wie ihm Blaze bereits berichtet hatte, als Heiler arbeitete. Flint saß in einem Sessel mit einem Whisky in der Hand. Er hatte vor zwei Jahren Daphne Greengrass geheiratet. Er musste in diese Ehe gezwungen worden sein, anders konnte Draco sich nicht erklären, wie man freiwillig Zeit mit Daphne verbringen konnte. Er konnte sich noch erstaunlich gut an ihren stets angewiderten Gesichtsausdruck erinnern. Den letzten in der Runde konnte er nicht zuordnen. Blaze legte ihm die Hand auf die Schulter und grinste überlegen. »Darf ich's vorstellen? Goyle!« Blaze machte eine elegante Geste mit der Hand in Richtung des schlanken, trainierten, jungen Mannes mit nach hinten gestalten Haaren und einem dunkelroten Hemd. Goyle sah absolut nicht aus wie Goyle. Goyle war schlank. Er war keine Schönheit, aber er sah gut aus. Und Pansys Hand lag aus seinem Unterarm. Draco wollte dringend aufwachen. »Hallo, Kumpel!« Begrüßte ihn Goyle mit einer ungewöhnlich selbstsicheren Stimme und einem leichten Lächeln auf den Lippen. Ein Whisky wurde ihm in die Hand gedrückt und er kippte ihn in einem Rutsch runter. »Das wird ein anstrengender Abend.« Montagmorgen unter Miene hing an ihrem Arbeitsplatz wie eine Leiche. Gleich hatte sie noch einen Termin mit dem alten Parkinson. Pansy hatte sich verlobt und bekam nun Anteile als Mitgift. Was für ein persönliches Geschenk! Diese Rheinblüter gingen ihr langsam auf den Leim. Zu schade, dass sie von deren Geld lebte. Sie nahm Parkinsons Akte in die manikierte Hand und machte sich schon mal mit seinem Portfolio vertraut. Hermine verwaltete die Portfolios vieler Rheinblüter. Deshalb musste sie sich mit ihnen gutstellen. Harry hatte damals nicht verstanden, wie sie freiwillig für sie arbeiten konnte. Harry hatte vieles nicht verstanden. Vor fünf Jahren war Hermine Hals über Kopf in Ron verliebt gewesen. Sie hatten eine Beziehung. Hermine war blind vor Liebe, aber sie ist auch naiv und ein komplett anderer Mensch gewesen, als sie jetzt war. Brav hatte sie ihre Überstunden im Ministerium absolviert, während Ron sich in ihrem gemeinsamen Bett mit immer anderen Frauen vergnügt hatte und seinen Heldenstatus komplett ausgekostet hat. Als sie ihn dann erwischt hatte, brauchte sie nicht lange, um zurück zur Normalität zu finden. Sabine hatte sie damals aufgesammelt und ihr geholfen, ihr eigenes Geschäft aufzubauen. Sie hatte davon profitiert, dass die Malfoys sich nach dem Krieg aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und das Vertrauen vieler verloren haben. Die Malfoy Group war ihr direkter Konkurrent. Hermine konnte die magische Gesellschaft vertrauen. Immerhin war sie eine Kriegsheldin. Ihr Ruf aus der Schule als Bücherwurm-Ranger hatte ihr Übriges getan. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass Parkinson zu spät war. Hermine wippte gedäft mit dem Fuß auf und ab. Das Wochenende steckte ihr immer noch in den Knochen. Von ihr aus könnte sich Parkinson die Anteile sonst wohin stecken. Es klopfte. Statt ihrem Vater betrat Pansy ihr Büro. Sie sah gut aus in ihrem flammenfarbenen Hosenanzug und ihren unglaublich hohen Schuhen. Wie bei sich zu Hause lief sie zur versteckten Bar in Hermines Büro, schenkte sich Whisky ein, zündete sich eine Zigarette an und stellte sich vor ihr bodentiefen Fenster mit der Aussicht auf die Temse. Dein Vater hat gleich einen Termin hier, informierte Hermine sie ruhig. Sie war Pansy gewöhnt. Die beiden sind gute Freundinnen geworden und teilten nach vier Jahren Freundschaft viele gemeinsame Erlebnisse. Pansy sah beunruhigt aus, was Hermine selbst beunruhigte. Spuck's aus! Pansy redete sich langsam zu Hermine um, um ihre Reaktion bloß nicht zu verpassen. Pansy blieb eben immer noch Pansy. Draco Malfoy ist wieder da! Hermines Reaktion blieb aus. Stattdessen zündete sie sich mit ihren eleganten Fingern ebenfalls eine Zigarette an und zog kräftig daran. Du weißt es bereits, stellte sie nüchtern fest. Etwas enttäuscht darüber, ihre Freundin nicht jocken zu können. Hermine nickte langsam. Ich bin in ihn reingelaufen, aber er hat mich nicht erkannt. Mina, er ist ein direkter Konkurrent. Er wird dich vernichten. In Pansys Stimme schwang ehrliche Sorge mit, was Hermine sehr niedlich fand. Sie erhob sich und ging langsam auf Pansy zu. Sie trug einen schwarzen, engen Rock, der bis zu den Knien ging, und dazu eine hellblaue Bluse und hohe Schuhe. Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Sie blieb vor Pansy stehen, beugte sich vor zu ihrem Ohr. Ich weiß, Pans, ich werde mich darum kümmern, flüsterte sie und Pansy erschauderte. Sie blickten sich tief in die Augen und Hermine beugte sich vor und ihre Lippen legten sich auf Pansys.